In Sri Lankas Hauptstadt Colombo ist es am Donnerstag zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Hunderten von Demonstranten gekommen. Hintergrund ist die Wut der Bevölkerung über den Umgang der Regierung mit der sich immer weiter verschärfenden Wirtschaftskrise. Einige Demonstranten setzten unter anderem einen Bus in Brand. Die Sicherheitskräfte gingen mit Schlagstöcken und Wasserwerfern vor. Die protestierenden Anwohner Kolombos zeigen sich verzweifelt. Ich denke, dies ist die dunkelste Zeit in diesem Land. Wir können mit unserem Geld nichts anfangen. Was unsere Regierung macht, tötet uns, ohne uns zu töten. Es sind die ersten eskalierenden Proteste in Colombo, seitdem sich die Wirtschaftskrise in den letzten Monaten immer stärker ausgeweitet hat. Unter anderem sind zurzeit die Straßenbeleuchtungen ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Auch der Handel an der Börse wurde bereits gestoppt. Darüber hinaus gibt es auf Sri Lanka Engpässe bei lebenswichtigen Gütern sowie stark steigende Preise. Offiziellen Angaben zufolge ist die Inflation im März um 18,7 Prozent im Vergleich zum gleichen Monat vor einem Jahr gestiegen. Drucksache 20,757-2050, Um 20,5 bis 20,5 bis 22,5 bis 20,5 bis 20,5 bis 21. Und die Voraus-Türken gibt es auf die Straßenbeleuchtungen aus dem Flugzeug,